Die besten Filme sind die, die unsere Träume bewahren, ohne die Wirklichkeit zu verleugnen. Ja, was wollt ihr? Dürfen wir nicht reinkommen? Wir sind Mitglieder. Tatsächlich? The Fruit Machine. Die Odyssee zweier Jungen, denen man das Recht nehmen will, so zu leben, wie sie sind. Hey, du bist keine 18, du bist auch nicht Mitglied und ich hab dich gewarnt, zu junges Gemüse anzustecken. Die sind alle aus demselben Grund hier, um den Scheiß da draußen zu vergessen. Junges Gemüse, wenn man sich damit einlässt, landet man im Knast. Noch minderjährig. Ich muss dir unbedingt was gestillen. Ich find dein Kleid absolut geil. Wieso kannst du kein Mann sein, Eddie? Die Jungen ist völlig in Ordnung. Wir müssen abhauen, Ed. Wir beide. Es wird mir zu heiß hier. Deshalb hab ich dich kommen lassen. Und keine Zeugen. Ich gelobe nie wieder, in eine schwule Diskur zu gehen. Ich hab dir doch versprochen, dass ich auf dich aufpasse. Hey, hey, wo wollt ihr mit mir hin? Nein, er kann nirgendwo hin. Dafür hab ich schon besorgt. Wir sind wie Bonnie und Clyde, findest du mich? Wir beten Davies und John Crawford. Jake Lemon und Tony Curtis. Ich hab ihn nicht angefasst, Ed. War auch nicht nötig. Er hat mir das Geld geschenkt. Deswegen sind wir doch aus Liverpool weg. Damit uns niemand mehr wehtun kann. Viel Glück. Die Vision einer Freundschaft, die unzerstörbar ist. Ich liebe euch alle! The Fruit Machine. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall.